Leider gibt es schlechte Nachrichten. Der legendäre taktoffene Tür der HTL Weidhofen kann auch heuer nicht stattfinden. Als coolste Schule weit und breit haben wir uns aber trotzdem etwas überlegt. In Anlehnung an den bekannten Instagramer Nussred wird unser Bildungsberater Professor Eckhardt Gusmark alias Gussred Highlights aus den Abteilungen vorstellen. Das wird sicher witzig. Das wird sicher witzig.